Was gibt in den Eishockey-Playoffs die nächsten ganz grossen Headlines? Ja, und schafft es selber auch für positive Schlagzeilen Sorgen? Oder über was berichtet man in Formel 1 als nächstes? Wir reden ganz sicher auch über das Thema Fussball. Logisch, mit einem Gast wie Freddy Bickel hier bei uns im Weakflash. Des Weiteren nimmt noch Franco Marvoli hier bei uns im Weakflash-Studio Platz. Für spannende Diskussionen ist also definitiv gesorgt. Weakflash jeden Montag bei uns im SSF. Unbedingt einschalten, es lohnt sich.